Mein Name ist Adrian und in diesem Video zeige ich dir, wie du einen zusätzlichen Blitzschuhadapter an deinem Video- und Fotoequipment anbringen kannst. Blitzschuh kennst du sicherlich von Spiegelreflexkameras, aber auch solchen Systemkameras hier. Meistens über dem Sucher haben wir hier so ein Plastikdeckelchen, was wir abnehmen können. Und dann kommt der Blitzschuh hier zum Vorschein, ein Metallraben mit einer Sensorik da in der Mitte, damit wir eben den Blitz auch da einstecken können und steuern können. Aber dadurch, dass das bei so vielen Kameras hier fest verbaut ist, wird es natürlich auch gerne als Zubehörbefestigung genutzt, auch für die Videoproduktion zum Beispiel. Da gibt es beispielsweise hier das Rode Wireless Go Mikrofon, das können wir direkt in den Blitzschuh einstecken mit dieser Klammer hier. Das kann ich einmal zeigen. Wir nehmen hier dieses Plastikteil einmal runter und können jetzt hier mit diesem Klammer das Ganze hier reinsliden und dann sitzt hier das Mikrofon fest obendrauf. Aber was ist jetzt, wenn wir zum Beispiel mehrere Blitzschuhe brauchen an einer Kamera oder wir vielleicht gar keinen Blitzschuh da haben, wo wir jetzt dieses Zubehör hier anbringen wollen? Dann gibt es die Möglichkeit, hier zum Beispiel von SmallRig so einen zusätzlichen Blitzschuhadapter zu nutzen. Und dieser greift dann auf ein 1,25 Zoll Gewinde zurück. Das heißt, ein 1,25 Zoll Gewinde brauchst du schon und da kannst du dann sozusagen aus dem 1,25 Zoll Gewinde einen Blitzschuh machen. Und das ist natürlich super, wenn du zum Beispiel jetzt hier auf dieser Kamera einen großen Monitor oder sowas befestigen wollen würdest und dann eben auch den Blitzschuh hier von der Kamera ja nicht dafür missbrauchen oder weil er vielleicht auch nicht so stabil ist wie so ein externes Metallteil hier, dann kannst du eben hier mit so einem Kugelkopf zum Beispiel das Ganze in den neuen Blitzschuh, in den Blitzschuhadapter rein sliden. Ich möchte jetzt einmal anhand von der Smartphone-Thematik zeigen und zwar haben wir hier zum Beispiel so eine ganz normale Smartphone-Plastik-Klammer. Die hat zwei 1,25 Zoll Schrauben, einmal hier auf der Unterseite sozusagen und einmal hier auf der Rückseite. Die auf der Unterseite brauchen wir natürlich, um das Smartphone auf einem Stativ befestigen zu können und die auf der Rückseite, die können wir jetzt nutzen, um hier unseren Blitzschuhadapter ranzuschrauben. Und zwar kann ich das einmal hier einfach einsetzen. Wir haben hier auch bei dem Setup von SmallRig hier so einen Imbus mit dabei und dann kann ich das einmal hier ranschrauben und dann habe ich hier hinten auf meinem, jetzt ist es nicht ganz gerade geworden, aber jetzt habe ich hier hinten auf meiner Smartphone-Halterung auch diesen Blitzschuh mit drauf. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier entweder so einen Adapter hier ranschrauben kann und hier nochmal irgendwas anderes befestige mit diesem Kugelkopf oder dass ich zum Beispiel auch einfach hier dieses Mikrofon einfach hier einstecken kann und dann klemmt das hier hinten mit dran. Und ich kann hier alles Mögliche anklemmen, was eben normalerweise hier für den Blitzschuh konzeptioniert ist. Ton, Licht, unterschiedliches Zubehör, was hier möglich wird, auch vielleicht einen externen Monitor, wobei das jetzt in dieser Situation nicht so relevant ist. Was ist aber jetzt, wenn ich kein Gewinde sozusagen an der Stelle habe, wo ich es brauche? Gerade bei Kameras ist das natürlich dann oft der Fall, so Systemkameras, wir haben in der Regel ein Gewinde und das auf der Unterseite, um das Ganze am Stativ zu befestigen. Da hilft dann so ein Cage, wie wir es hier zum Beispiel haben. Das ist auch von Small Rig ein Cage für die Fujifilm X-T3 hier in diesem Fall. Und da haben wir jetzt ganz viele Gewinde hier rund um die Kamera rum. Es gibt auch noch einen Half Cage für die meisten Kameras. Das heißt, wir hätten dann nur auf der einen Seite sozusagen die Gewindeoption. Aber wir haben jetzt einen Full Cage, also komplett drumherum, einen Metallrahmen sozusagen für die Kamera mit ganz vielen Gewindeoptionen. Und hier in dem Cage ist es tatsächlich so, dass wir sogar hier an der Stelle hier oben links die Möglichkeit haben, direkt das Ganze auch da reinzusliden. Das heißt, hier haben wir sozusagen einen Blitzschuh, einen Coldschuh, wie man auch sagt, weil ja die Sensorik da nicht mit dabei ist. Das heißt, einfach hier schon mit oben drauf. Aber wir können eben auch hingehen und hier einfach an der beliebigen Stelle mit ein Viertel Zoll Gewinde das Ganze hier festziehen. Ich mache das gerade mal, damit ich dann zeigen kann, dass wir jetzt hier bei der Kamera aus einem Blitzschuh sozusagen dann drei Blitzschuhe gemacht haben. Ich schraube das einmal hier fest. Wie gesagt, man braucht eben das ein Viertel Zoll Gewinde dann dafür, um das hier festzuziehen. So, und jetzt kann ich hier eben mit dieser Halterung zum Beispiel diesen Blitzschuh draufsetzen und habe dann hier insgesamt dann eben so einen Kugelkopf, auf dem ich jetzt hier zum Beispiel einfach noch einen Monitor oder sowas anbringen könnte. In dem Fall habe ich jetzt hier gerade natürlich mit ein Viertel Zoll die Halterung da. Das heißt, hier kann ich mir jetzt einfach mein Smartphone zum Beispiel oben reinklemmen, um noch Behind-the-Scenes-Videoaufnahmen zu machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit der Kamera Fotos machen würde oder so. Genau, das wäre jetzt so die Möglichkeit, mit diesem Blitzschuhadapter zu arbeiten. Wie gesagt, ich habe dir den unten verlinkt. Wir haben uns da einfach mal zwei von bestellt und haben es jetzt bei den einen oder anderen Kameras eben sehr, sehr gut nutzen können, um einfach beliebig so ein Zubehör wie zum Beispiel hier so ein Teil einfach befestigen zu können und da eben nicht mit einer anderen komischen Halterungslösung oder rumbaumeln oder fest tapen oder sowas zu arbeiten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.